Bushido und seine Anna Maria Lagerblom. Jetzt haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Im Standesamt von Berlin-Zehlendorf haben sie die Ringe getauscht. Aus dem harten Rapper ist ein romantischer Kerl geworden, zumindest schon mal an diesem ganz besonderen Tag. Auch für Anna Maria geht mit der Hochzeit ein Traum in Erfüllung. Vor Freude tanzt Bushido nach der Zeremonie zu orientalischer Musik und Trommelrhythmen. Seine Frau Anna Maria schaut dem ganzen Treiben nur zu. Schließlich ist sie im achten Monat schwanger. Mit dem runden Bauch ist großer Sport nicht mehr möglich. Herzlichen Glückwunsch Anna Maria und Bushido.